Alli, hallo, da ist der Guzoa und zwar jetzt ein Special-Burgen-Check. Es gibt erstmal dann wieder keine Burgen-Checks, also braucht er nicht schreiben, braucht er nicht bewerben. Ich bin erstmal durch, es kommt jetzt nochmal irgendwie die nächsten paar Tage einer, aber der ist dann schon durch, weil das Video ja später kommt, aber egal. Jetzt gucken wir uns mal die Base vom Clash-King-Hofi an und die möchte ich mir mal genauer anschauen. Fakt ist, wir brauchen da ja jetzt nicht drüber reden, oh hier, Alex, alles draußen, so nach dem Motto. Nein, guckt einfach mal hier auf die Pokis, ihr seht hier 4.415 Pokis. In dem Bereich ist dann wirklich Alex und Gold scheißegal, weil man es einfach alleine schon durch den Bonus bekommt, ganz klar. Da geht es einfach nur darum, ich will, dass der Gegner keine 50% bekommt und dann nimmt man wirklich schon Alex und auch Goldlager schon wirklich als Death, weil die natürlich relativ viel Trefferpunkte haben und der Gegner sich da auch relativ lange dran aufhält. Aber mir fällt natürlich gleich hier etwas ein. So ein richtiger schöner Top-Fail, würde ich sagen. Und zwar ist es natürlich super, dass du die Luftabwehr hochziehst, ganz klar, aber dann sogar fast an derselben Stelle zweimal das gleiche upgraden. Warum? Ja, das ist ganz leicht. Im High-Level-Bereich greifen meistens die Leute mit zwei Lauerhounds an. Die kommen von links und von rechts ran und bei meinen zwei Luftabwehren, die so ausgebaut werden, da habe ich überall die Minen. Das heißt, sie kommen links und rechts, auf der linken Seite habe ich drei, auf der rechten habe ich zwei, also sind die relativ schnell down. Ja, verstehe. Also sprich, hast du effektiv sogar noch ein bisschen, wie soll ich sagen, einen Trick sozusagen daraus gemacht, dass du gesagt hast, gut, okay, komm. Ich weiß ja, dass sie von da kommen werden, dann will ich sogar noch die Lava-Hunde direkt mal schön ficken und dann ist gut. Genau, so kunden er nicht von einer Seite, sondern schön von beiden und ja, das ist halt dann ab und zu auch das Pech, ein Pech von ihnen. Ja, ja, naja, das ist natürlich ziemlich geil. Was ich gesehen habe, du bist mittlerweile, alter, du hast die Queen auf 30, Junge. Die kannst du mir mal ganz gepflegt einfach mal zu mir rüberschieben, weil da würde ich garantiert auch den ein oder anderen Angriff nochmal schön gewinnen. Ansonsten, was können wir noch sagen? Schauen wir mal, wie uns das, also wie gesagt, vom Aufbau her brauche ich nicht wirklich viel rumhampeln und sagen, naja, warum hast du das so, warum hast du das so? Weil, wie gesagt, das ist ganz klar, das ist wirklich reine Erfahrungssache da und da kenne ich mich in dem Bereich einfach gar nicht aus. Aber ich habe eine Frage, die darfst du mir mal beantworten. Warum hast du die Kaserne und warum hast du nicht die Mine drinnen? Hat das einen Punkt? Also kriegst du, sind es prozentuale Unterschiede, dass du für die Kaserne mehr bekommst oder? Äh, ich glaube, schauen wir mal auf die Trefferpunkte von der Kaserne. Ja, ja, guck mal, gucken wir gleich mal rauf. Die hat 610 und da gucken wir mal, die hat ein bisschen mehr, okay. Dass du sagst, gut, okay, ich will halt ein bisschen mehr Trefferpunkte draußen. Genau, so, wenn er zum Beispiel Magier oder so draußen hat, muss er viermal oder dreimal draufschießen auf die Goldmine und auf die Kaserne nicht, also einmal weniger. Ja. Und dann würde er gleich am Bogiturm kommen und so habe ich einen längeren... Verstehe. Ja, da hast du einfach ihn länger aufgehalten, ganz klar. Genau, so ist es. Dann wäre jetzt aber die Frage die, warum hast du es hier nicht auch gemacht? Ist ja jetzt einfach mal so eine taktische Frage, wa? Also, weil hier hast du ja auch eine Kaserne draußen. Könnte man ja eventuell umbauen. Also, man will ja nur helfen. Also, es kann ja sein, dass du sagst, ah, ja, könnte man machen. Äh, ich zeige das Dorf in dieser Struktur oder in diesem Design eigentlich, weil ich jetzt sowieso meine neue Dev umbauen werde. Ja, deswegen... Ja, okay. Nee, ganz berechtigt, weil die Sache ist natürlich die. Äh, ganz klarer Fall. In diesen Bereichen, wo sich der Clash King Hofi aufhält, ist es einfach so, dass es da eben wirklich schon ein bisschen Arbeit ist, natürlich. Und dann möchte man sich natürlich auch eher ungern so ein bisschen in die Karten gucken lassen, weil der Guzo erleden Video hoch und daher heißt es, ja, hier, Base von Clash King Hofi. So, und dann geht eventuell mal irgendwann ein Gegner rauf auf YouTube, ist vielleicht Abonnent von mir, kann ja auch sein, äh, und sieht dann, oh, cool, die Base vom Clash King Hofi. Oh, und jetzt sogar noch ein paar Erklärungen dazu. Von daher ist das gar nicht so verkehrt und da lassen die sich alle nicht so ganz gerne in die Karten schauen, was ich vollkommen verstehen kann. Klar, logisch. Genau. So, jetzt gucken wir mal. Klar, X-Bow ist schön mittig, logisch, Inferno auf Multi, läuft bei dir und da kann man natürlich nichts sagen. Was ich halt eben sagen würde, ist natürlich langsam eventuell, obwohl, warte mal, kleinen Moment. Die sind auch Max. Hm, ja, langsam halt eben auf die, äh, auf die Mauern. Aber, klar, dann kriegt man Angriff mit Lava-Lunien, dann sind die Mauern auch scheißegal. Sind wir ehrlich, also in dem Bereich. Ja, wie gesagt, äh, mir fehlen nur mal die zwei Luftamheiten, dann sind die auch alle Maxed und dann hab ich nur mal, du siehst schon, ein Minen, ein Minenwerfer wird da oben auch schon abgegradet. Und dann bleiben mir noch drei Minenwerfer und dann ist eigentlich meine Verteidigung... Komplett Maxed. Komplett Maxed, genau. Ja, naja, ich meine mal, der Minenwerfer Level 8, der ist schon echt Terror, der haut schon mal richtig raus. Also da, boah, ist echt übel. Aber gegen Goleims oder gegen Luftheinheiten bringt er am wenigsten, deswegen habe ich ihn jetzt aus, oder deswegen werde ich ihn jetzt als letzter Up Queen. Klar, alleine schon auch, auch zum Beispiel. Nächste Sache, du wirst mit Level 40 Helden angegriffen, da ist der Minenwerfer für den Arsch. Da braucht man einfach mal eine fette Kanone, da braucht man einen fetten Bogieturm. Aber der Minenwerfer ist, das ist im unteren Bereich, macht das richtig Sinn, wenn du irgendwie von Bogies angegriffen wirst, von Barbaren, wo man wirklich sagen kann, gut, okay, kommt, Flächenschaden. Aber bei einem 40er Helden, da lacht der Held. Also bis Rathaus 9 ist sowieso am wichtigsten, den Magiaturm immer komplett das erste Maxed und dann den Minenwerfer. Rathaus 9 kommt dann eine andere, würde ich dann ein wenig anders ausupgraden, aber als Unterlehr Rathaus 9 unbedingt das erste Magiaturm und dann Minenwerfer. Jetzt noch die nächste Frage, wie sieht es denn aus, was willst du denn jetzt noch als nächstes hochziehen im Bereich der Helden, dass du sagst, okay, ich will Queen erst Maxen oder gehst du jetzt erstmal mit dem King wieder auf 30? Wie machst du das? Ich werde den King jetzt einmal auf 30 raufbringen, dass er nur einen größeren Livepool bekommt und dann werde ich aber die Queen durchziehen auf 40 und dann den King nachziehen. Ja, 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 und es wird schön teuer werden. Oh, ja. Ja, 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 da sehe ich schon wieder ein paar Gems rüberlaufen, ey. Und wie gesagt, jedes Mal 1.000 Gems, na, Verzeihung, 999 Gems für ein Level. Krass, das sind irgendwie 5 Euro, oder? Ähm. Ich glaube ja, doch, ich glaube ja, 5 Euro. Ne, du bekommst nur 500 Games für 5 Euro. Oh, krass, also 10 Euro, oh, krass. Und du musst dir vorstellen, noch 10 Level bei der Queen, 15, das sind 25 Level, also 25.000. Wenn wir es umrechnen, sind das, ja, 200 Euro. Ja, ja, ja. Krass. Wie viele Gems hast du jetzt momentan? Ähm, ich glaube 2.500, aber die halten leider auch nicht lange bei meiner Jagd. Ja, klar. Aber ich sehe gerade, bist schön im Boost. Aber jetzt die nächste Frage ist denn, also jetzt wird das hier eine richtige Fragerunde, aber wie ist es überhaupt? Lohnt sich das Boosten überhaupt bei dir? Weil wenn du eben sagst, ey, ich Lupe, also Lupe für die anderen, die es eventuell nicht wissen, äh, sprich, er sucht einen Gegner, er sieht die Lupe die ganze Zeit, ähm, lohnt sich das überhaupt noch? Weil wenn du, ich sag mal, eine halbe Stunde am Lupen bist, lohnt sich der Boost doch gar nicht mehr. Äh, ja, aber es kann sein, dass ich, äh, nach 10 Minuten eventuell schon einen Gegner finde. Und, äh, und sonst müsste ich dann die ganzen Einheiten, äh, gamen. Ja, ja, klar. Den Rest. Und das ist auf die längere Sicht teurer, als wie ich hau da überall einen Boost rein. Ja. Krasser Scheiß. Weil die Zauber muss ich eh geben. Also. Ja. Na, weil die ewig brauchen, das stimmt. Aber ich sehe gerade, also wir hatten uns ja zuvor meine Base kurz angeguckt und, äh, ich hatte ja gesagt, oh, ich hab bestimmt mehr, äh, 10er Mauern als du. Aber langsam kriege ich ein bisschen Angst, weil hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1, 10, 11. So, der Rest ist hier 9er. Ja, genau, 11. 12, 13, nee, nee. Ja, 13. Na, doch, doch, ich hab noch mehr. Ja. Der Gusel hat gewonnen. Nee, aber, äh, echt schon. Aber dafür habe ich eine Elfermauer. Nee, stopp, 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 stopp. Hier, 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 hier. Hier hast du noch mehr. Hier hast du auch noch. Na ja. Äh, 3, 14, 15, 16, 17. Du hast gewonnen. 17, ja, ja, aber trotzdem. Nee, aber wie du sagst, äh, alleine schon die Elfermauer. Wo hast du sie versteckt? Ich guck mal gerade. Äh, hinter, hinter der CB. Oder oben, oder hinter dem Rathaus. Na, genau, hinter dem Rathaus, wenn du oben schaust. Ja, ja, da ist sie. Ja. Da ist sie. Die krasse Elfermauer. Äh, was hat sie gekostet? Das ist 4 Mille, oder? 4 Mille. Ja, ja. Und einfach mal verdrückt. Schön abends. Zack. Oh. Wem ist das? Genau, das war mein Minenwerfer. Wem ist das nicht auch schon passiert? Einfach mal, äh, zack, bumm und fertig. Oh, scheiße. Oder leckerl. Oh, was, was? Oh, jetzt geht's. Ich habe einen 28er gefunden. Ich muss kurz angriffen. Ja. Äh, wie greife ich den an? Das ist hier die Frage. So, da, dann gehen wir mal, haben wir unser Bestes. Nein, meine Mauerbrecher sind nicht gegangen. 47 Prozent. Komm, 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 komm. 50 Prozent. Ja, nice. Ah, passt. 28, 9 Pokale gewonnen. Passt. Ja, ja, sehr geil, sehr geil. Das ist ein richtiger Push. Überlegt euch bitte, 9 Pokale, das ist grundsätzlich schon richtig viel. Aber in diesem Bereich ist das so abartigst viel. Das geht gar nicht. Das ist richtig nice. Ja, naja. Freut mich, freut mich. Und schau jetzt, meine Truppen sind schon fertig. Jetzt kann ich wieder vorbundetieren. Du kannst gleich, gleich loslegen wieder. Und meine schönen Zauber darf ich wieder um 90, na was, um 81 gemen, weil einen Blitzzauber habe ich mir behalten. Krass, ey, das tut weh. Aber auch, auch zum Beispiel, sinnvoll ehrlich, die Helden heilen, dass das so krass abartig teuer ist, das geht doch gar nicht, ey. Die, da habe ich sowieso immer einen Boost laufen. Ja, macht Sinn, klar, nur gut. Weil das kann man sich nicht leisten, weil das werden nochmal 100 Pokale, also 100 Games, das geht nicht. Und ich warte auch immer, so wie jetzt, mein Papa Anking schläft jetzt noch 4 Minuten, also eine Minute mit dem Boost. Ja, klar, denn dann warte ich noch kurz und dann ist gut. Genau, ich warte auch, wenn er noch eine halbe Stunde schläft, weil das einfach, das kann sich keiner leisten. Nein, 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 die Sache ist auch die, und ohne King bräuchest du gar nicht anfangen zu angreifen, anzugreifen. Genau. Weil, das ist ganz klar, also ich sehe es ja auch, du kennst ja bestimmt auch aus dem CW, du greifst im CW an und hast deine Helden vergessen, naja, schön, da kannst du das Ding vergessen. Aber lieber im CW, als wenn ich so angreife. Ja, klar, verstehe ich, ja, ich weiß, was du meinst, für dich hat das einen anderen Stellenwert, ganz klar, logisch. Ne, das ist auch richtig so, klar. Ja, ich sehe hier gerade, hier wird einer richtig schön auseinandergenommen, schön auf Zeit gespielt und komplett down gemacht den Gegner, richtig geil. Ich kann nicht mal weiter skippen, weil du da drüber sitzt und ich will nicht die Kamera hin und her schieben, das möchte ich nicht. Und dann haben wir hier schön im CW einen 3-Star. Nice-Aktion. Hast du schon mitbekommen, wenn man den King raged, ist er genauso schnell wie Lucky. Wirklich? Ja. So, Hexe, nee, so. Das soll es dann eigentlich sogar schon von der Special-Sendung gewesen sein. Ja, wie gesagt, sowas wird garantiert auch nochmal kommen. Einfach so ein, ja, gechilltes Miteinander. So eine Sachen, die werden garantiert wiederkommen. Und wie gesagt, ich wollte euch einfach auch mal wieder was vom Clash King Hofi zeigen. Und wenn ihr sagt, ach komm, ja, High-Level-Gameplay, das wäre mal was für mich, will ich mir mal angucken. Dann guckt einfach mal beim Clash King Hofi vorbei. Den Account haue ich natürlich in die Videobeschreibung rein. Ansonsten einfach mal Clash King Hofi bei YouTube eingeben. Und da findet ihr ihn. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Danke, Martin. Ciao, ciao. Ciao, Leute.